Halli, Hallig, ihr Freund, willkommen zu einer kleinen Runde Mario Party mit FIX! Ich hab das hier! Halli, hau! Ich hab nur vier gewöfelt. Ich hab nur zwei. Oh, ich bin halt, ich weiß nicht, das ist hier instant so, dass ich einfach doppelt so gut bin wie du. Ja, okay, werden wir erstmal sehen, welche die Runde gewinnt. Ach so, bei Elytra-Rennen, das hast du ja gerade schon in der Lobby, also ich muss sagen, ich find das unfair, dass du das gerade in der Lobby trainieren durftest. Oh, ich hab ein bisschen geübt in der Lobby, weil ich hab ja YouTuber-Rang und den nicht. Fühlt er sich geil, ey. Fühlt er sich wegen einem Rang geil, ey. Das ist nur aus diesem, aus dem Typen geworden, Junge. Damals, als du noch nicht von Mr. Trash gepusht wurde, ja. Ja, stimmt, Alter. Da war ich noch cool. Da warst du noch ein anständiger YouTuber und jetzt... Oh, lol. Hä? Da warst du noch ein anständiger YouTuber und jetzt bist du einfach nur ein arrogantes Stück Kacke, Alter. Oh Gott, ich kann das nicht. Ich schon, aber ich flieg die ganze Zeit irgendwo gegen. Oh, fuck, ich vergesse immer die Scheiße zu spät aufzumachen, ey. Und, oh nein, ich hab jetzt wieder angeguckt. Uh, ja. Nein, ich muss... Fliegst du im R5-Modus oder fliegst du ein Ding? Äh, ich flieg nochmal. Aber ich hab gerade, ich bin gerade immer irgendwo gegengeflogen, wo ich mir dachte... Nein, Alter. So, und... Ich bin runtergeflogen. Einmal durch hier und runter. Uh. Oh Mann, ich verdarnte diese Scheiße zu spät. Okay, jetzt. Ich hab den ersten Jackpoint. Als ob, eh nicht. Ja, ich bin einfach der... Doch, ich bin der... Du bist einfach mega scheiße. Ich bin der Beste der Welt, Mann. Was willst du eigentlich? Oh, komm, 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 komm. Und, zweiter Jackpoint. Ja, nice, ich hab den ersten. Ich hab den zweiten schon. Und, ich hab's gleich geschafft. Hals auf. Ich hab's gleich geschafft, Mann. Hals auf. Nee, 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 nee. Erster! Was? Ich hab das Ding nicht berührt. Ich bin drüber geflogen. Was? Ich hab einfach das Ding nicht berührt. Ich wusste nicht, dass man landen muss. Nein, jetzt haben das zwei vor mir geschafft. Ach, komm, 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 komm. Nein! Du mal als Alter. Ich war der Erste. Warum musst du das denn berühren? Ja, genau. Warum? Hä? Was soll das? Und? Na, eins. Verdient, ne? Ich hab's in meinem Leben. Das ist doch nicht fair. Hä? Aber bist du nicht durch den Strahl geflogen, oder was? Doch, aber ich, man muss halt, man muss die Plattform, glaube ich, ich glaube, man muss da landen. Und ich bin halt drüber geflogen, weil es bei den anderen Checkpoints auch geht. Oh, sorry. Oh, Mann. Hast du verkackt, ne? Das ist Slimejump. Wie weit bist du vorne? Oh, ich kenn das gar nicht. Junge, ich bin, Alter, ich bin einfach richtig weit hinten. Slimejump. Der Platz, das ist easy, Mann. Hä? Wie geht das? Der Platz eins ist einfach acht Felder vor mir, ne? Wie geht das, Slimejump? Das siehst du gleich. Sag ich dir nicht. Sag, bitte, 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 bitte. Los, und los geht's. Ja, genau, du Pisser. Oh, Gott. Unfairer Vorteil auf jeden Fall. Ich hab selber verkackt den ersten Sprung zweimal schon. Ja, ich bin jetzt auf der ersten Plattform. Ich komm nicht auf die zweite drauf. Oh, Gott, ich komm auch nicht drauf. Hey, wie schwer ist der Sprung, Mann? Komm schon. Ja. Bin drüber. Gib ihm. Drüber und hab den ersten Checkpoint. Was? Da gibt's Checkpoints? Da gibt's Checkpoints. Ach, komm, leck mich doch. Ich glaub, alle drei oder vier Plattformen. Ich hab auch den Checkpoint. Oh, nein, was? Mich hat das einfach runtergehauen, ne? Nein. Ich hab den Slimeblock auf der anderen Kante berührt. Oh, komm schon. Nein, nein, nein. Alter, wie hoch sind die Leute? Ich bin richtig low. Ich bin auch richtig schlecht gerade. Hä, ich sag mal so, ja, voll easy, Mann. Und jetzt? Okay, okay, nice. Ah, scheiße, dass sie das erst davor bildet. Sonst könnte man erst mal hochgucken. Oh, Lina hat schon geschafft. Oh, mein Gott. Ich bin zweiter. Ich hab Lauf, Alter. Ich hab Lauf. Easy, Mann, ich bin zweiter. Ich hab Lauf. Oh, mein Gott. Lauf sechs. Komm schon. Oh, mein Gott. Komm, komm, komm. Ich schaff das noch. Easy. Nein, 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 nein. Oh, du bist vierter. Oh, mein Gott. Wie heißt, wie ist der Nick? Als ob er ist aufgekommen. Ich bin Rainbow. Du warst vierter. Als ob ich bin aufgekommen, genau in dem Moment, Alter. Ne sechs gewürfelt. Vier. Ne zwei. Ne zwei. Ne fünf. Oh, verdämmend. Ich verraten, ich bin jetzt vorne. Warte mal. Okay, egal, ich rack dich schon noch, keine Sorgen. Ne, vergiss das. Ich bin jetzt auf Platz... Alter, ich bin ja auf Platz sieben, Mann. Wie weit bin ich? Ich bin Platz neun. Farbschlacht, oh Mann. Du bist ja richtig scheiße, Alex. Oh, diese Linie hat das Spiel verlassen. Das war die gute. Okay. Ach, da müssen wir Dings so... Ja, ja, das ist komplett... Splatoon heißt. Splatoon. Splatoon. Alter, das ist halt so richtig lang. Dieser Modus ist halt so richtig random basiert. Ist das nur laufen oder schießen? Schießen, ne? Du musst halt alles einfärben. Und hier gibt es irgendwo auch Special Items. Oh, kann man... Oh, nice. Ich habe einen Special Trick. Also, du fehlst an hier. Ich klicke auch ganz so scheiße. Oh. Warte, gleich, klick, Alter. Brrrr. Du musst aber auch darauf achten, dass du die anderen Teile der Gegner wegmachst. Dann kriegst du... Das ist besser für dich. Oh, nice. Zap-Granate. Boom. Oh, mein Gott. Das ist Upgrade. Du Zap-Granate bekommst, Mann. Ich habe noch kein Upgrade gefunden. Aber ich bin richtig weit hinten, Mann. Ich bin der Erste, Alter. Aber mit Abstand. Mit Abstand bin ich der Erste. Ich habe eine Farb-Spur, Mann. Oh, Granate. Oh, ich bin... Ich habe es aufgeholt. Ich bin richtig da hinter dir, Mann. Nein, 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 nein. Doch, Alter, ich hole dich ein. Ich hole dich... Ja, ich hole dich ein. Easy, easy, easy. Oh, ich habe noch eine Farb-Spur. Nice. Ich hole dich richtig... Nein. Oh, noch eine Farb-Spur. Ich haue richtig raus, in die richtig Upgrade, Mann. Und noch eine Granate. Was ist denn, welcher Block bist du? Ich bin der Erste. 1300. Oh, warte, da vorne ist das. Ja, mein Gott. Nein, wie unverdienter. 300 mehr als du. Bist du rumgelaufen? Ich hatte richtig viele Upgrades, ne? Eine Farb-Spur, eine Granate, dann noch zwei Farb-Spur. Und eine 5. Ich habe schon wieder eine 2. Das gibt es nicht. Und eine 4. Ich habe eine 10. Es ist gesagt, oh, easy. Ey, dieses Spiel hasst mich für unspaß. Ja, das Spiel ist super, Mann. Ich bin bei Lindi-Cookie. Ich glaube, ich bin ganz vorne, oder? Welches Feld bist du? Ich bin Feld 23. Ja, ich bin 14. Ich bin Replika online. Ich zerstöre dich, Alter. Ey, ich hatte das Spiel, aber... Zerstöre dich so hart, oder wie? Nee, Mann. Du fährst mich nicht zerstören. Okay, ich werde dich sowas von zerstören, Alter. Ich werde dich sowas von wrecken, weißt du das? Ich werde dich so easy wegwacken, Alter. Ich hatte dieses Spiel, aber ich schaffe das. Ich bin besser als... Ich bin weder als... Easy. Okay, warte. In meiner allerersten Runde habe ich diesen Wartebildschirm gebaut. Was hältst du davon, dass ich gleich schon fertig bin? Was hältst du davon, dass ich schon fertig bin? Du bist ja nicht, deswegen. Ja, gleich, aber... Easy, erster. Oh Gott. Als ob... Als ob du fertig bist. Ich hab den... Ich hab den... Ich blüff da nicht. Denk, willst du mich verarschen? Nee. Komm, schau, schau, schau. Oh nein, ich hab's vertauscht. Yes, komm, 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 meine Chance. Erster. Fuck. Nein, ich hab grün und gelb vertauscht. Ich bin fertig. Als ob... Ich hab's verbaut. Hä? Meins ist halt genau... Du bist eh nicht fertig. Oh, doch bin ich, aber ich hab... Ich hab den unteren Block mit der falschen Waller vertauscht. Easy. Ja. Ich war eigentlich eben grad schon fertig, aber ich hab... Oh, easy, erster. Was? Als ob man... Richtig unverdient, Alter. Der hat einen Punkt mehr als du. Der hat einen Punkt mehr als du. Richtig unverdient, Alter. Ey, kaputt. Ey, was hast du... Das hast du... Und... Ne Fünfieder. Ne Fier, das gibt es nicht mehr. Ne Fier. Lass mich raten, ich werfle ne Zwei. Ne Eins. Warum so fällt's? Oh. Ach, bitte zurück. Drei Felder zurück. Oh, nein. Oh, wie weit bin ich? Ich bin immer auch dritter. Ich bin immer auch... Alter, die anderen beiden sind auch nur zwei Felder vor mir oder drei. Ich bin auch nicht mal auf Feld 20, Alter. Reihenfolge? Wen holen die vor dir angezeigte Reihenfolge? Ach, das ist easy. Das ist richtig geil. Das finde ich mega cool. Ach so, ach so. Das ist eine Reihenfolge mit den Blöcken. Das ist mega cool. Klicken, oder was? Ja, das ist nicht gleich eine Reihenfolge, die hinter den Knöpfen angezeigt wird. In der Reihenfolge musst du die Knöpfe drücken. Okay. Alter, fuck mal life. Das will ich mir merken. Das darf ich niemals. Alter, voll easy. Das ist richtig einfach, Mann. Ist ja nur drei Stück. Ja, mit jeder Runde mehr. Mit jeder Runde werden das mehr. Jetzt sind es vier wahrscheinlich. War das selbe? Ne. Bam. Ey, Junge. Ich bin der Beste der Welt in diesem Modus, ja? Easy. Ich habe erst einmal hier verkackt. Und das war auch, wo ich richtig weit vorne war. Oh shit. Oh Gott, ich war richtig, ich habe es geschafft, aber richtig schwer. Oh, easy, easy. Oh, du bist so knapp, Alter. Oh, ich bin einfach... Scheiße. Ich habe einfach alles geschafft, Mann. Easy. Komm, du musst einfach, komm, du musst einfach. Und... Drei. Ich habe schon ein Spiel 2. Ja. Und... Ne 5. Ich habe nur 4, Alter. Ich habe nur 4 und 2. Ne 3 und ne 5. Ich hasse mein Leben, Alter. Ohne Spaß. Ich bin auf Feld 7 und 3. Ich spiele nie wieder mit dir diesen Spielmodus. Oh, noch 8 Felder bis zum Ziel. So unverdient, Alter. 7 und auf der 2. Wir können im Wettrennen. Ich brauche nur 20 Felder, Alter. Ich brauche noch 8. Ey, wenn ich Glück habe, wenn ich hier Erster werde, dann habe ich eventuell gewonnen. Oh Mann, ey. Oh, das kann ich ein bisschen. Okay, das kriege ich jetzt hin. Ich bin der Beste der Welt. Rennst du normal oder rennst du mit R5? Ich renne normal. Oh, ich bin weit vorne. Hoffentlich, weil... Ich bin Erster. Wusstest du, dass du springen kannst und du schneller wirst? Echt? Ja. Hast du das... Scheiße, 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 scheiße. Hast du das echt gesprungen? Ne. Oh, scheiße. Ich bin dumm oder was? Bleib mal hängen, bitte. Ne. Komm, Alex. Bleib hängen. Ne. Komm schon. Ne. Ich glaube nicht. Ne. Ich bin einfach... Ich werde niemals hängenbleiben hier. Kennst du die Abkürzung? Ich kenne die Abkürzung. Am Arsch kennst du die Abkürzung? Ja, klar kenne ich die Abkürzung. Kennst du eh nicht die Abkürzung. Wir kennen die Abkürzung nicht. Du. So. Oh Mann, hier scheiß Auto-Jump. Irgendwann, wenn ich manchmal in Blöcke herankomme, springt mein Spiel automatisch, ne? Irgendwann noch Auto-Jump bei 11-11 an ist. Quack, 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 quack. Bleib mal bitte hängen irgendwo. Natürlich. Ne. Oh, bist du hängen geblieben? Oh, du Abkürzung. Oh, du Abkürzung. Okay, ich hasse mein... Und schon wieder. Halt dein Maul. Und Abkürzung nehmen hier. So. Okay, ne. Ich spiel nicht mehr mit, Alex. Du spielst du ja mit? Ich schaff den Sprung nicht. Okay, ciao. Ich lauf in die andere Richtung. Ist mir egal. Und jetzt abkürt. Du Abkürzung. Was? Der Sprung geht nicht. Doch, der geht. Autodump an, oder was? Ne, Autodump geht nur beim Placken. Oh, und easy. Easy. Oh mein Gott, wie scheiße ist denn das, Alter. Wie scheiße ist denn dieser Spielmodus, ey? Der ist voll einfach. Aber du bist einfach zu schlecht. Guck mal, wenn du eins bist. Hoffentlich würfelst du ne Eins, ey. Zweimal. Ey, ne, kann ich gar nicht. Das geht gar nicht. Und ne Eins. Komm. Pass auf mit zwei. Ja, ne Eins. Und ne Vier. Ich hab nur ne Eins und ne Vier gesucht. Nein. Das gibt es nicht, ne? Das gibt es wirklich nicht. Ich bin doch drei Felder zum Spiel. Ich glaub's nicht. Nach drei Felder. Ich hatte keine Zahl über... Schießstand, oh nein. Oh yes, okay. Ich hatte einen Schießstand. Ich rack dich easy. Ne, Mann, du wirst du nicht. Vor jedem Spielmodus sag ich, ich rack dich easy. Ja, du verlierst vor jedem. Schau, du bist neben mir, du hässlicher. Oh shit, es geht schon los. Mein Punkt. Oh was? Ja, ich hab's. Oh. Explosiver Bogen. Ich hab Explosiv Bogen. Ja, du musst halt nur treffen dafür. Oh mein Gott. Easy, richtig viele Punkte abgestaubt. Oh. Oh shit, 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 shit. Mein Chicken. Nee. Nichts, dein Chicken. Yes. Alter, läuft von mir. Fix klären sich die Chicks. Oh mein Gott, die klären ja alle Chicks, Alter. Er klären sich einfach mein Chicken, ey. Oh. Ich bin einfach weiter als du vorne. Nicht mehr. Was, bist du echt? Ja, glaub ich schon. Alter, Mann, das gibt es nicht. Ich treffe die ganze Zeit mit jedem Pfeil, Alter. Ich bin einfach besser als du. Junge, ich bin einfach 29 Punkte. Ich treffe diesen Bonus nicht. Jetzt hat gar keinen Bonus, Mann. Oh, Bonus. Ich hab ihn. Meiner. Oh, meiner. Ich hab ihn getroffen. Nee, hab ich. Ich hab ihn getroffen. Oh, hier punkt der Multiplier. Als ob, Mann. Ah, ich hab ihn easy dir geklaut, Mann. Ah, komm, das gibt es nicht. Es ist einfach so unfair, Alter. Oh, 49 Punkte, Mann. Gibt irgendwas? Ich bin der Fin. Ey, du kannst doch gar nicht so viel treffen, Mann. Ich treffe die ganze Zeit. Oh, oh, 53 Punkte. Alter. Ich hab einfach 20, fast 20 Punkte wert, du. Weißt du, dass ich jetzt safe gewonnen hab? Eine 4. Ich hab schon wieder eine 1, komm. Du bist schon ein Feld über Ziel und noch eine 4. Ich bin 5 Feld über Ziel und noch eine 3, Alter. Okay, okay, ich weck mich am Arsch, Alter. Easy, Mann. Easy. Das ist doch gewandert. Mann. 5 Feld über Ziel. Du bist so scheiße, Alter. Ich bin Platz auf Feld 30, Alter. Easy, Mann. Richtig easy. Ich geh mich schämen, Herr Deutscher. Der Warbefinkt. Richtig zerstört. Alter, unverdient. Unverdient. Was ist denn das für ein Spielmodus, Alter? Wo ich die ganze Zeit eine 1 oder eine 2 wäre? Das ist doch scheiße. Ich bin nur am Flamen hier. Na? Ist das der Wippel-Loot? Das der Wippel-Loot? Okay, Leute. Ich will verbrennen. Ich will verbrennen, bitte. Okay, Leute. Ich bedanke mich sehr schön für den Zuschauer. Schaut bei FixOnKnau vorbei. Da wird auch noch ein Video aufgenommen. Ich weiß noch nicht, wann das kommt. Aber... Roto 100k. Roto 100k. Ja, abonniert ihr. Er will dieses Jahr noch 100k knacken. Hoffentlich kriegt er den nicht. So. Ja, gut. Dann will ich einfach sagen, ihr werdet für den Kreis eingeblendet, dann könnt ihr draufklicken, mein Kanal zu abonnieren. Irgendwo anders ist auch noch Fix. Und dann ist irgendwo noch ein Video eingeblendet, könnt ihr auch noch anschauen, wenn ihr wollt. Alter, das Video ist richtig gut, Leute. Da müsst ihr unbedingt draufklicken. Ja, Alter, das ist richtig, richtig nice. Das ist so hot, wie Fix gerade gebrannt hat, ey. Ja, Mann. Richtig hot. Richtig gut, ey. Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder auf der Reine. Und tschau. 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 Tschau.